Köder Lure Alle Infos über Köder Lure, was es bewirkt und wie du es bekommst. Köder Lure gehört zu den Angelverzauberungen. Maximales Level dieser Verzauberung ist Level 3. Köder Lure lässt deine Fische schneller anbeißen. Bei Level 1 wird die Wartezeit um 5 Sekunden verringert. Bei Level 2 wird sie um 10 Sekunden verringert. Und bei Level 3 um 15 Sekunden. Du hast eine 50%ige Chance, diese Verzauberung mit einer Angel an einem Zaubertisch zu bekommen. Mit einem Buch hast du eine 0,61%ige Chance. Natürlich kannst du sie auch bekommen, wenn du mit Dorfbewohnern handelst. Wie handelst du mit Dorfbewohnern, um deine gewünschte Verzauberung zu bekommen? Das siehst du in diesem Video. Klick es einfach an. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Hau rein und bis dann.